Ich bin David, Filmemacher, Lebensmittelaktivist und Mülltaucher aus Österreich. Meine Kochaktionen haben mich nun nach Japan geführt. Hier bin ich auf das faszinierende Wort Motainai gestoßen. Japan gehört zu den größten Lebensmittelverschwendern der Welt. Und dass sowohl die Liebe zum Essen hier besonders groß ist. Wie ist das nur möglich? Und was können wir dagegen tun? Auf der Suche nach Lösungen will ich vier Wochen lang kreuz und quer durch Japan reisen. Wir wollen nur mit dem kochen, was andere verschwenden. Unterstützt werde ich von Köchen, Aktivisten und Landwirten. Wir suchen revolutionäre Rezepte für den Kochtopf und für ein besseres Leben. Das Motainai Kitchen Abenteuer kann beginnen. Motainai Kitchen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.